Tu, was du am besten kannst. Ork hat gesagt, die Karten liegen endlich auf dem Tisch. Finden wir heraus, was das für Karten sind. Das Labor ist nicht verlassen. Skorpion! Dank meiner neuen Rüstung bin ich für Scanner unsichtbar. Aber dieser Ort hält noch mehr Überraschungen bereit. Schade, dass deine Rüstung keinen Maulkorb hat. Darauf warte ich schon lange, Iron Fist. Kommt schon, Leute, das können wir besser. Shield-Angriffsplan 6a. Für jeden Helden gibt's ne Peitsche. Wir sind sehr viele, hast du das schon vergessen? Das war der Plan, du Idiot. Crossbones? Aber mein Scanner hat hier nichts entdeckt? Was ist passiert? Ork hat mich gekidnappt. Er war beleidigt, weil ich als Anführer von Hydra nicht das getan habe, was er wollte. Ich sag dir was. Befreie mich und ich helfe dir, den achtbeinigen Freak zu jagen. Und wieso sollten wir dir vertrauen? Weil ich weiß, wo Ork ist. Und ich kenne seine Pläne. Dann spuck's aus. Nur wenn unser Deal steht, befreie mich. Wir können es zusammen beenden. Der Einzige, der hier was beendet, bin ich. Was? Was machst du da? Ich sorge für etwas mehr Chancengleichheit. Okay, Shield Team. Konzentriert euch. Es zur Abschlussfeier zu schaffen, ist gerade etwas schwieriger geworden. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020